Servus und hallo! Sie haben's Vlog. Hier auf MarwacheTV. Ja, ich weiß, ich hab euch versprochen. Vlog immer vor dem Computer, im Büro. Und heute bin ich draußen und... Da ist noch einer. Wer bist denn du? Ich bin der Alex. Ja, ist der Alex. Warum bist denn du da? Weil ich was krieg von dir. Richtig! Yeah! Wie ihr wisst, als braver Vlog zu sehen, gab's letzte Woche ein Gewinnspiel. Und zwar das Oster-Gewinnspiel. Und der Alex war der schnellste, glückste und mit einem Adler-Auge. Und der sich wohl ein Hase ist. Ah, mein Assistent reicht mir nun, bitte. Ich danke dir. Oh, wie geil. Für dich. Oh, vielen Dank. Super. Sind sie nicht toll? Sind sie nicht toll? Die Hasen mit Peps. Eine kriegt mein Sohn. Aber eine behalte ich mir definitiv zwei. Ich befürchte, ich muss die behalten. Weil momentan steht er sich nicht mehr auf lila und rosa. Ach, was ist das für ein Junge? Sie sind sehr untypisch, ich weiß. Vielen Dank. Ich bitte dir. Danke, danke, danke fürs Mitspielen. Sehr gern. Und uns fürs Vlog anschauen. Sowieso. Nicht Spaß. Danke. Hast du eigentlich die Tipps hin? Ich bin ja vlogtechnisch noch ein Neuling. Einfach ausprobieren. Dranbleiben. So viel wie möglich machen. Nicht drüber nachdenken. Auf YouTube stellen. Und nicht mehr drum kümmern. Nicht mehr drum kümmern. Keine Kommentare brauchen gar nichts. Ja doch. Aber nur wenn es Spaß macht. Ja. Nur wenn es Spaß macht. Vloggen nur wenn es Spaß macht. Das ist doch einmal eine gute Anfrage. Damit machen wir es guten Schmerzl. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte abonniert meinen Kanal. MabacherTV. Und bitte abonniert Alex Nowak auf YouTube. Alex NowakTV. Alex NowakTV ist wirklich hasenscharfes Fernsehen. Schaut es euch an. Ja, also das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Mit MabacherTV. Und Alex NowakTV. Das heißt, das Wochenende ist ausgebucht. Mit YouTube. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Zusehen. Und Servus.